hallo mein name ist johannes hugo westendorf ich komme aus bünnel und seit über zehn jahren züchten wir hier unsere galloway rinder galloway ist von der hugenheide wir setzen auf das crowd batching sozusagen mehrere personen eine menge von personen batching die schlachtung das heißt viele leute teilen sich ein rind da haben wir in unserem online shop meist zwischen 35 und 40 pakete und erst wenn diese pakete komplett ausverkauft sind wird ein tier geschlachtet in einer kleinen landschlachterei und erst dann werden die pakete versandt zugeschickt also wir können jetzt nicht zehn rouladen auf einmal verkaufen es gibt wirklich diese pakete halt um die wertschätzung dieses tieres zu generieren wir versenden unser fleisch in einer 100 prozent kompostierbaren verpackung die besteht aus gepresstem stroh was im vlies eingebettet ist